Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Pfefferkuchengewürz. Das Pfefferkuchengewürz ist eine Gewürzmischung für Pfefferkuchengebäck. Für 500 Gramm Teig werden folgende Zutaten benötigt. 6 Teelöffel gemahlener Zimt, 2 Teelöffel frisch geriebene Muskatnuss, 1 Teelöffel Nelkenpulver, 1 Teelöffel gemahlenen Anis, Prise frisch gemahlener, weißer Pfeffer, 1, 2 bis 1 gemahlener Teelöffel Kardamom. Folgende Utensilien werden benötigt. Schüssel Zubereitung Alle Zutaten gut vermengen. Gewürz zu Pfefferkuchengebäck Diese Varianten gibt es. Spekulatiusgewürz Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!